Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Factorio. So, ich werde jetzt weiter meine Kupferleitungen bauen. Was heißt Kupferleitungen? Oder nicht Kupferleitungen? Guck mal, hier ist Eisen. Äh, Stein. Was im Klartext bedeutet, ich werde das jetzt hier ein bisschen... Ich meine, ich habe mich schon damit abgefunden, dass ich hier nicht alles abbauen kann. Einfach weil es die Ab und Weise, wie ich meine ganzen Rohre hier platziert habe, schon unmöglich macht. Ist aber nicht so schlimm. Wenn ein bisschen was übrig bleibt, bleibt ein bisschen was übrig. Da habe ich gar keine Bauchschmerzen. Ah, null Bauchschmerzen habe ich da diesmal. Ist das Schwede Zelda? Habe ich denn eigentlich nur Zelda Mixes hier? Drama Zelda Mixes. So, natürlich habe ich noch genügend Beiß. Sehr schön. Ich sage, ich werde jetzt einfach anfangen, alles komplett mit den roten Bälls zu machen. Ich hoffe nur, dass ich das irgendwie gut hinkriege, gut gebalanced hinkriege, ja. Gut hinkriegen ist nichts Thema. Oder hinkriegen überhaupt ist nichts Thema. Hm. Ja, danke. Forum. So, und hier gehen wir rüber. Genau, wunderbar. In der Hoffnung, das passt so. Jetzt brauche ich natürlich noch Strom. Habe ich irgendwo Strom? Habe ich mir jetzt auch nochmal alles voll mit... Oh, Interkontinentalleitung. Auf geht's. Habe ich wieder fast alle verbraten, oder? Habe ich wieder nur noch vier Förderer. Ja, aber wie gesagt, wir sind halt jetzt in der Position, wo ich es einfach machen kann. Also, passen die nicht. Ach doch, passt schon. Der passt, oder der passt nicht. So, wunderbar. Wo ich halt jetzt wirklich nicht mehr so die Probleme habe, dass ich halt wirklich jetzt in Massenproduktion gehen kann. So, und jetzt muss ich natürlich noch irgendwie einen Weg nach hinten finden. Von der Kupferlinie. Frage jetzt nur, wie und wo. Ach, toll. Habe ich wieder keine Underground-Belts. Natürlich ist es hotvoll, instant. So, und zwar, wo müssen wir denn eigentlich hin? Ich muss hin. Oh, die muss bis dahinter. Gott, das will, wie soll ich denn da durchkommen? Komme ich, komme ich hier durch? Ja, ich komme hier durch, pass mal auf. Probierst du es einfach mal aus. Hier ist so. So, so, so. Ja, ungetestet, ne? Das ist ja alles, äh, einfach mal während des Let's Plays ausprobiert. Hätte ich vielleicht vorher schon machen sollen. Aber, äh, das ist nicht passiert. Aber ich glaube, das funktioniert. Ich glaube, das kriege ich irgendwie nach unten gelegt. Ich habe, glaube ich, weit genug die, äh, Abstände zwischengelassen. Sogar hier. Hier, sogar hier. Das ist halt auch schön. Man kann, man kann eigentlich in, in einer Line, in einer Line quasi alle verschiedenen Farben der Bells unterkriegen. Natürlich, ich habe es natürlich jetzt voll versemmelt. Genau, das dachte ich mir jetzt. Warte mal, jetzt muss ich das nochmal abreißen. Natürlich. Man kann quasi in einer Linie alle Farben oder die Farben aller Bells eben unterkriegen, weil die Abstände zwischen den Bells eben so groß sind. Also zwischen den, nicht zwischen den Bells, sondern zwischen den, äh, Underground Bells. Ja, wunderbar. Muss ich noch hier rüber. Wäre es leichter gewesen, mit Zug zu machen? Who knows? Who knows? Ich weiß es nicht, ähm, keine Ahnung. So. Na, danke. Kann man denn noch erforschen? Explosive Raketen, Kampfroboter, Geschwindigkeitsmodule. Tja, keine Ahnung. Ich mache das ja einfach mal. Um, weil es kann. Was ist das für ein Spiel? Oh, ein Final Fantasy. Fünf. Sehr gut. So, wunderbar. Und schon dürften wir eine wunderbare Kupferlein haben. Denk ich. So, jetzt kommt da uferlos viel Kupfer an. Wurst mal auf. Es platzt förmlich. So, wunderbar. Guck mal an. Was jetzt hier an Kupfer reinkommt. Okay, das heißt, mein Kupferbell darf jetzt gleich wieder voll sein. Definitiv. Okay, irgendwie der. Voll, natürlich. Guck zu werden. Mega gut. Okay, passt. Passt. Problem habe ich nur, wenn mir hier die Kohle ausgeht. Ne, geht es mir nicht, weil ich habe ja hier oben mein wunderbares Kohlelager. Passt. Okay. Mein Auto habe ich schon wieder vergessen irgendwo. Da unten ist es. War ich gleich mal nach oben wieder. Achso, äh, Munition. Und pass mal auf. Ich werde das jetzt auch in eine Anbieterkiste packen. Genau. Weil ich nämlich... Essen zahle ich da. Was habe ich nicht? Essen habe ich natürlich nicht. Oh, jetzt habe ich aufgelöst. Jetzt fertig. Die Kampfroboter waren fertig, genau. Die Gleitroboteranzahl. Ich würde gerne Panzerung haben. Wo ist denn die Panzerung eigentlich? Aber jetzt Roboter-Transportmenge. Das mache ich jetzt ja auch. Das ist cool. So. Okay. So. Kommt jetzt endlich genügend Kupfer an? Hoffe doch. Natürlich kommt nicht genügend Kupfer an. Natürlich nicht. Ich soll es auch. Ich sollte es auch. Achso. Pass mal auf. Wenn ich Glück habe. Wenn ich ganz viel Glück habe. Ne, habe ich aber nicht. Ich habe nie Glück. Ist mein Auto? Scheiß aufs Auto. Okay. Okay. Wunderbar. Jetzt. Macht er das jetzt hier eigentlich? Wie ich ihm das gesagt habe? Hier war es, ne? Was braucht er noch? Braucht er mehr Eisenzahnräder? Oder was? Was fehlt ihm noch? Oh. Also immerhin würde er es noch nehmen. Ich glaube, das funktioniert so. Na ja, egal. Ich muss oben mein Bild erweitern. Das hatte ich ja schon erwähnt. Denn das nächste, was ich jetzt bauen werde, ist in der Tat meine Roboterproduktion. Und zwar werde ich das so automatisieren, dass egal wann ein neuer Roboter gebaut wird, sofort alles eben in mein Logistiknetzwerk einfließt. Also die neuen Roboter. Und ich quasi, ja, ständig neue Roboter bekomme. So ist zumindest die Theorie. Na, jetzt sind sie ausgegangen. Wunderbar. So. So, okay. Boah, wie viel man halt braucht von denen, oder? Warum kommt hier kein Kupfer an? Das weiß kein Mensch, oder? Das weiß tatsächlich kein Mensch. Aber, ich gucke mal auf, ich mache es jetzt ganz anders. Äh. Was immer noch nicht genug ist. Ach nee, hier kommt erst der ganze Schwung, oder? Ach nee. Ach nee, deswegen. Dachte, ich hätte das schon überall ausgetauscht. Natürlich habe ich es nicht ausgetauscht. Natürlich fehlt es mir jetzt auch an Underground Belts. Hehe. Sehr schön. Das ist toll. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Oh Gott, was habe ich denn hier eigentlich gebaut? Das muss alles noch ausgetauscht werden. Mann. Dachte, ich hätte das schon überall gemacht. Anscheinend nicht beim Kupfer. Nee, habe ich auch nicht gemacht. Ach, ich Idiot. Ach, ich Idiot. Das muss ich natürlich auch noch machen. Das bringt natürlich Null. Wenn ich das... Äh, wurde angegriffen. Weil Turmins in den Kampf verwickelt. Nein, nicht. Meine... Meine... Maß... Maßlosen Versuchen hier überhaupt irgendwas zu balancen. Scheitern daran, dass ich einfach überhaupt keinen Plan habe. So sieht es irgendwie aus. Ey, das ist so viel Kupfer, das hier kommt. Dass ich mir jetzt echt überlege, ob ich hier nicht tatsächlich noch eine zweite Kupferlein mache. Und das mache ich jetzt auch. Pass mal auf. Pass mal auf. Ich mache das jetzt so wie beim Eisen. Ich würde das ein bisschen früher in den Abzweig machen. So. Und jetzt gehe ich einfach mit dem zweiten Kupfer hier außenrum, außen vorbei. So. Warum habe ich eigentlich hier noch Türme? Niemand braucht hier Türme. So. Wobei... Pass mal auf. Ich kann das ja auch anders machen. Ey, ey, ey. Zack, zack. 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 Nee, geht nicht. Geht nicht, geht nicht. Mist. Dann müsste ich irgendwie hier rauskommen. Aber hier komme ich nicht raus. Ja, dann ist es egal. Dann passt schon. Dann mache ich das jetzt so. Und balance es gleich im Anschluss. Und zwar so wie hier. Äh, wir gehen jetzt nochmal. Ich muss so einbauen. Dann brauche ich... Ich meine, ich habe schon wieder keine Underground Belze. Habe ich denn keine Eisenzahnräder? Ich hatte doch hier eine tolle Produktion. Ich kann gleich mal alle Eisenzahnräder mitnehmen. Oh. 803 Eisenzahnräder. Super. Das ist doch wahr, ey. Wie viel das halt braucht einfach mal. Da nach da. Von da nach da. Mir kommt gar kein Kupfer mehr an. Macht auch nichts. Dann nochmal ein Teilerfließband. Und hier. Und hier. So, und jetzt schauen wir mal, ob ich das hinkriege. Und zwar muss ich... Äh, Mist. Mist, Mist, Mist. Ich muss natürlich einen freilassen. Vielen Dank. Vielen Dank. Für die Blumen. Na? Geht das so? Nee. So. Ja, so ging das. Genau. So ging das rauf. Ja, es ist... Okay, wenn man das nicht ständig macht, ja, dann vergisst man es halt einfach. Und es war wieder falsch. So kommt einer hin. Jetzt aber. So, jetzt aber. Ich muss nur schauen, warum hier kein Kupfer mehr kommt. Oder warum hier überhaupt kein Kupfer mehr kommt. Wahrscheinlich hat er da oben. Schön. Memo an mich. Immer so rumbauen. Genauso wie hier oben. Da habe ich es auch in die falsche Richtung gebaut und schon funktioniert es nicht mehr. So, wunderbar. So, sehr schön. Das geht jetzt alles durch, ja. Okay. Okay, passt. Der Bild ist auch gleich voll. Okay, habe ich es jetzt? Muss ich nur noch... Oh Gott, jetzt muss ich nur noch die Zuleitung hier machen. Ich hoffe, ich habe noch genügend, das müsste reichen. Hier ist schon alles rot. Rot, 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 rot. Ja, das ist krass. Sobald man halt eine gewisse Größe halt einfach hat, wird es einfach so viel, was man einfach managen muss, ja. Man kriegt es wahrscheinlich einfach mit weniger auch hin. So, wunderbar. Habe ich es jetzt. Jetzt habe ich es auch. So, und jetzt wird das hier voll befüllt, hoffe ich mal. Kommt da jetzt genug an? Ja, jetzt kommt genug an. Jetzt kommt genug vor. Yeah. Super cool. Und ich hoffe, er verteilt das jetzt auch gleich wunderbar. Ich bleibe mal kurz hier stehen, nur um das mal zuzuschauen, wie das genau funktioniert. Das Problem ist halt, ich nehme halt hier schon das Kupfer gleich am Anfang weg. Das heißt, wenn da nicht genügend Kupfer ankommt, dann habe ich natürlich am Anfang bei der grünen Produktion auch keinen Kupfer. Ja, das ist halt. Obtimal. Jetzt ist hier nochmal was. Pass mal auf. Jetzt habe ich es nochmal versemmelt. So, jetzt aber. Jetzt aber. Jetzt kommt aber ordentlich Kupfer an. Also, das, wenn jetzt hier reicht, dann weiß ich vielleicht nicht mehr. Auch wenn ich ständig für allen möglichen Mist Kupfer brauche. So, jetzt aber. Jetzt ist ja alles voll. Okay, wunderbar. Das heißt, hier kommt auch genügend Kupfer an. Oder? Oder? Ich immer noch nicht genug, oder? Nicht nur weiter. Nee, jetzt kommt genug an. Jetzt kommt genug an. Okay, wunderbar. Das lange Wert wird endlich gut. Ich hoffe, das reicht jetzt mit dem Kupfer. Inständig hoffe ich das. So, sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Hier meine Produktion. Pass mal auf, ich habe ja hier die Lila dann auch gemacht. Und ich kann da ja eigentlich gleich solche reinklatschen. Guck mal, hier habe ich eh schon alles voll Lila. Alles ist voll Lila, Mann. Was fehlt hier? Die filternden Greifarme. Warum fehlen filternde Greifarme? Weil. Der hier die letzten Ding klaut. Ah, okay. Aber guck mal an. Jetzt kommt hier auch einiges mehr an. Muss ich hier eigentlich auch nochmal balancen, oder? Das Zeug schneller machen. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich glaube, das verteilt sich jetzt schon. Genug. Bin ich der Meinung. Meine Meinung in Gottes. Oh ja, ich weiß es ja nicht. Das ist ja so. Okay, es würde passen. Okay, aber jetzt genug des Quatschens, ja. Ich werde jetzt hier rauf gehen. Ich werde den Bell jetzt nochmal ein bisschen verlängern. Ich hole mir nochmal, glaube ich brauche nochmal Bells. Das ist aber das letzte Mal. Das ist jetzt wirklich das letzte Mal, dass ich den Bell verlängere. Als nächstes werde ich definitiv anfangen mit der Roboterproduktion. Und zwar, ich glaube, auf der rechten Seite werde ich das machen. Ich habe jetzt links schon die Forschung und alles. Aber ich werde das jetzt hier auf der rechten Seite machen. Macht, glaube ich, Sinn. Und dann ist es vorbei mit manuellen Bells bauen. Dann, danke schön. Dann werde ich wirklich anfangen, hier alles mit roten Bells voll zu stopfen. Und zwar völlig automatisch. Völlig automatisch wird das alles funktionieren. Ach, guck mal. Oh, ich habe hier 50 Stück drin. Das ist ja cool. Das ist ja cool. So, wunderbar. Da kann ich nochmal... Da nochmal Fließbinder reinklatschen. Das ist ja echt cool. Das funktioniert relativ gut. Ich habe das ja auch geklaut, das Design. Muss ich ja ganz ehrlich zugeben. Catherine of Sky. Also, falls ihr den nicht kennt, äh... Unglaublich cool, was sie macht. Unglaublich coole Videos auch auf YouTube. Spielt aber, glaube ich, gar kein Faktorium mehr. Aber die ist dadurch quasi bekannt geworden. Was heißt bekannt? Die hat immer noch viel zu wenig Abonnenten, eigentlich. So. Okay. Dann sage ich schon mal danke fürs Zuschauen an dieser Folge. In der nächsten Folge werde ich dann definitiv... Huch. Werde ich dann definitiv anfangen mit meinem... Hoch angekündigten... Na, wo ist es denn? Mit meinem groß angekündigten, äh... Roboterbau. Und... Dann hoffe ich, dass ich meinen ganzen Schund aus dem Inventar los werde. Und dass mir dann die ganzen Roboter mein Zeug liefern können. Das wäre relativ cool. So stelle ich mir das eigentlich vor. Aber wir werden sehen. Ich bedanke mich auf jeden Fall wieder mal fürs Zuschauen. Und... Lass mal ein Abo und ein Like da. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Danke. Macht es gut. Ciao, ciao. Ciao. Bis zum nächsten Mal.